Hallöchen, Luise Heinzel hier. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe hier diesen stylischen Luftpolsterumschlag, den ich heute in ein Journal verwandeln möchte. Für die meisten Leute ist das hier wahrscheinlich Müll. Da du dieses Video angeklickt hast, gehe ich davon aus, dass du mir zustimmst, wenn ich sage, dass das hier das perfekte Journalcover ist. Als ich diesen Umschlag bekommen habe, wusste ich sofort, ich möchte den nahezu genau so lassen, weil ich diesen Aufdruck einfach total stylisch finde. Als ich das hier oben aufgemacht habe, habe ich sehr darauf geachtet, dass mir das dann nicht kaputt geht. Das war da so festgeklebt und das war ein bisschen schwierig, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen geduldig ist, dann geht das schon, das zu öffnen, ohne dass das kaputt geht. Man könnte das hier an der Seite als Tasche später verwenden, eine Tasche, die dann am Cover dran wäre. Das möchte ich nicht tun. Falls du das tun möchtest, achte darauf, dass du da über dieses Klebrige, was da vermutlich entsteht, irgendwas drüber klebst oder so, dass es nicht mehr klebrig ist. Ja, also da kann man sich, denke ich, behelfen, indem man da etwas drüber klebt. Ich werde jetzt einfach diese Öffnung komplett zukleben. Dafür benutze ich doppelseitiges Klebeband und mache mir einfach hier so einen Streifen hin, sodass das dann zu ist. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich dafür einfach normalen Kleber nehme. Dann habe ich mir gedacht, das dauert viel zu lange, bis es trocken ist. Deswegen habe ich mich hier für doppelseitiges Klebeband entschieden. Da ich später noch nähen möchte, ist das kein Problem. Ansonsten würde ich vielleicht doppelseitiges Klebeband und zusätzlich nochmal flüssigen Kleber verwenden, dass das einfach wirklich safe hält. Also falls du zum Beispiel keine Nähmaschine hast oder so. Dann schaut das Ganze so aus. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte das grob so grob in der Mitte hier so falten, dass das hier so ungefähr dann die Größe von dem Journal wird. Und ich finde, das ist die perfekte Größe. Das einzige Problem, was ich jetzt hier habe, ist dieser Wulst. Also von dieser Klappe, oder? Das schaut jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich finde, da könnte man irgendwas drüber machen, dass man das nicht mehr so sieht. Weil da ist diese Kante und da kann man auch so in dieses Luftpolstermaterial so reingucken. Finde ich nicht so schön. Deswegen habe ich mir entschieden, diesen Stoff hier zu verwenden. Das ist ein Stoff von Tim Holz. Den habe ich mal bekommen von Honey. Ihr kennt vielleicht Honey Loves Paper auf Instagram. Hallo Honey. Das war im Übrigen, glaube ich, sogar mein allererstes Stück Tim Holz Fabric. Also Tim Holz Stoff. Finde ich total toll. Habe ich ein bisschen gehordet. Wie sagt man das auf Deutsch auch so? Also gebunkert in meinem Schrank. Aber jetzt muss das hier für dieses Projekt herhalten. Dieser Stoff ist einfach so wunderschön. Und der passt hier zufälligerweise von der Länge her ziemlich gut drauf, sodass ich mir jetzt hier einfach einen schmalen Streifen abschneiden kann, um den dann hier drüber über diesen kleinen Wulst da zu kleben und später nochmal drüber zu nähen. Ja, so guck, das passt doch perfekt oder das passt einfach so wunderschön dazu. Hier nehme ich jetzt auch nochmal doppelseitiges Klebeband, um mir das erstmal da in die richtige Position zu bringen. Wie gesagt, ich werde später da noch drüber nähen. Falls du also dir denkst, ich würde das auch mit Stoff irgendwie überkleben oder so, irgendwelche unschönen Stellen von so einem Umschlag, überlege ich dir gut, welchen Kleber du verwendest, dass das wirklich richtig gut hält. Mein Ziel war jetzt hier zuerst einmal den Stoff an die richtige Position zu bringen, sodass mir der beim Nähen auch nicht mehr verrutschen kann. Wenn du keine Nähmaschine hast, würde ich doppelseitiges Klebeband nehmen, dann eine Schicht Kleber drüber machen, also Flüssigkleber und dann den Stoff draufsetzen. Dann sollte das eigentlich halten. Dann schaut das Ganze so aus. Es ist das nicht einfach nur perfekt, das passt perfekt zu diesem Aufdruck von diesem Umschlag. Ah, ich bin so glücklich. So, jetzt haben wir hier das Problem, wenn das hier der Rücken von dem Journal sein soll oder werden soll, dann muss ich ja dadurch irgendwie nähen. Also ich muss ja irgendwie meine Seiten später in dieses Journal reinkriegen. Und wenn dann die Fäden, also die Nähfäden von den Signaturen an dem Rücken rausgucken, finde ich das erstens mal schon nicht so schön. Und zweitens, das ist halt so ein Plastikmaterial und das ist ja auch sehr flufferig. Durch diese Luftblasen da drin weiß ich nicht, ob das richtig hält. Deswegen möchte ich mir etwas überlegen, um den Rücken zu stabilisieren, sodass das wirklich später bombenfest da drin hält und ich keine Probleme habe, wenn ich das da einnähe. Deswegen werde ich jetzt hier folgendes tun. Sehr seltener Moment auf diesem Kanal. Ich hole ein Lineal raus. Ihr habt es richtig gehört. Ich hole ein Lineal raus. Und mit diesem Lineal magiere ich mir jetzt erst mal hier die Mitte von dem Journal, also ich sage schon Journal, von dem Cover, von dem Umschlag sozusagen. Also ich messe die Mitte aus, mache mir an beiden Seiten eine Markierung. Und wenn ihr den Umschlag so lasst, wie er ist, also da nicht irgendwie was abschneidet oder so, dann ist das auch sehr klug, weil dann ist das an Rechteck. Versteht ihr, was ich meine? Also das war auch der Hauptgrund, warum ich mir gedacht habe, das irgendwie so zu machen, dass ich den Umschlag genauso lasse, wie er ist und mit dieser Größe dann umgehe. Weil da muss ich da nicht, wer weiß, wie viel schneiden, könnte mich verschneiden oder sowas in der Art halt. Können ja immer irgendwelche Fehler passieren. Jetzt habe ich mir dieses Stückchen hier rausgesucht. Das ist von einem Kissenbezug, den habe ich mal von meiner Oma noch gehabt. Und dieses Stück, das ist gerade genauso groß, wie ich den Rücken für mein Journal haben möchte. Nämlich ist das zwei Zentimeter breit und so lang, wie dieser Umschlag ist. Und mein Plan ist jetzt der folgende. Ich habe zwei Zentimeter deshalb gewählt, weil bei null hier ist das Vordercover dann. Und dann habe ich 0,5 Zentimeter Abstand und dann kommt die erste Signatur. Und bei 1,5 Zentimeter kommt dann die zweite Signatur. Und bei zwei Zentimeter ist dann dementsprechend der andere Teil vom Cover. Das heißt also im Klartext, zwischen beiden Signaturen haben wir einen Zentimeter Platz. Was ich ganz gut finde in diesem Fall, weil dann kann das schön flach auflegen später. Vorhin und hinten haben wir dann 0,5 Zentimeter. Das ist immer so ein ganz gutes Maß. Und das Ganze soll hier drauf, was gar nicht so einfach ist, weil das nämlich ein bisschen schief ist. Weil durch bügeln oder waschen oder keine Ahnung was von diesem Kissenbezug, seht ihr, das ist so ein bisschen, also so eine Schlangenlinie. Das werden wir aber trotzdem so hinkriegen, dass das funktioniert. Ich nehme mir dafür auch nochmal doppelseitiges Klebeband und klebe das da drauf. Und das ist jetzt so, ich möchte gerne eine versteckte Bindung machen. Das heißt also, ich nehme dieses Teil und klebe das als Rücken auf diesen Umschlag drauf. Und später werde ich dann die Seiten versteckt einnähen, sodass man die Bindelfäden außen nicht sieht. Das heißt also, die sind dann zwischen dem Innenteil und dem Cover sozusagen versteckt. Und dementsprechend kann ich mir das hier jetzt einfach schon mal draufkleben an der richtigen Stelle. Und das ist auch nicht so schlimm, wenn dann ein bisschen schief ist, weil der Innenteil später wird gerade. Ja, so, also das ist überhaupt kein Problem. Den Überschuss schneide ich mir hier unten einfach ab. Und jetzt habe ich da schon mal drum herum genäht mit meiner Nähmaschine, sodass das Ganze wirklich richtig gut befestigt ist und gleichzeitig auch noch stylisch aussieht. Ich habe hier oben und auch dementsprechend an der anderen Seite, also unten von dem Umschlag, zuerst zickzack genäht. Und dann war mir das aber ein bisschen zu weiß da oben, weil der Druck, der ist ja nur auf dem Umschlag selbst, aber nicht auf diesem kleinen Streifen da noch. Deswegen habe ich da noch mal mit einem geraden Stich hin und zurück genäht und ein bisschen so, wisst ihr, so zickzack, nicht zickzack, hin und zurück, nachdem ich zickzack genäht hatte, so wollte ich sagen, sodass das einfach so ein bisschen, ja, künstlerischer irgendwie aussieht. Hier auf dem Rücken habe ich so Rechtecke gemacht. Da bin ich einfach mit einem geraden Stich, aber ziemlich Freestyle, wie ihr seht, zweimal drum herum gegangen. Und hier habe ich da auch den Stoff nochmal einmal gerade festgenäht und dann bin ich auch nochmal mit einem zickzack da drüber gegangen. Das fühlt sich jetzt fast ein bisschen an wie so eine Daunenjacke. Das ist richtig cool. Das hat so richtig runtergedrückt. Das hatte ich mir auch erhofft, aber sicher war ich mir vorher nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Luftbolsterumschlag in dieser Art und Weise in ein Cover verwandelt. Da habe ich dann auch nochmal so ein bisschen zickzack drüber genäht. Ich finde, das schaut ganz stylisch aus. Und was das Wichtigste ist, es ist stabil. Apropos stabil. Dieses Teil, was wir jetzt hier hinten auf den Rücken gemacht haben, ist natürlich noch nicht, wer weiß, wie stabil. Und es sorgt vor allen Dingen auch nicht dafür, dass später da nicht irgendwas, wer weiß, wie schief oder so ist. Ja, also ich möchte natürlich nicht, dass meine Seiten jetzt irgendwie hier oben so rausgucken oder so später, weil das alles schief und krumm ist. Deswegen werden wir in der Innenseite hier auch noch etwas hineinsetzen, was zum einen für mehr Stabilität sorgt als das, was wir jetzt haben. Zum anderen dafür, dass ich eine versteckte Bindung machen kann, dass man die Bindefäden außen nicht sieht. Und außerdem wird das auch dafür sorgen, dass das präziser ist als das hier außen. Ja, also wenn ich das hier mal so knicke, Entschuldigung, so wie das später dann auch sein wird, ist das jetzt hier eigentlich nur optisch. Ja, also was ich da außen habe. Das schaut aus wie ein Buchrücken, muss auch nicht, wer weiß, wie gerade sein. Das kann auch ein bisschen krumm und schief sein. Das, was ich jetzt allerdings innen mache und das Teil, wo dann auch die Signaturen eingenäht werden, muss sehr viel präziser sein, damit das Ganze funktioniert und nicht schief und krumm ist. So, wie machen wir das? Wir messen als erstes mal die Höhe aus von diesem ganzen Cover. Das sind bei mir jetzt in diesem Fall 24 Zentimeter. Dann nimmst du bitte einfach die Höhe von dem Umschlag, den du hast und das hier hinten, also der Rücken, ist bei mir 2 Zentimeter, brauche ich also nicht messen, weiß ich schon von vornherein, was ich da tun muss. Du kannst das natürlich auch mit mehr Signaturen machen, ja, musst du den Rücken dann entsprechend breiter berechnen. Das hier ist jetzt einfach so ein Stück Pappe, wie du siehst, ist das ein bisschen, also das scheint etwas dünner zu sein, ist es auch. Ist irgendwie von so einem Verpackungskarton gewesen. Das Stück Pappe muss stabil sein, aber nicht, wer weiß, wie dick und es muss so dünn sein, dass du damit eine Ahle später durchstechen kannst. Ich werde dieses Stück später noch mit etwas Stoff verstärken, sodass es nicht ganz so wichtig ist, dass das jetzt hier, wer weiß, wie steif ist. Das hier mache ich jetzt auch 24 Zentimeter lang, ganz einfach deshalb, weil das Journal Cover, sprich dieser Umschlag, 24 Zentimeter hoch ist. Also muss das ja auch dann genauso lang sein, oder? Ja, dieses Stück, diese Pappe ist jetzt genauso hoch immer, wie das Cover ist, ja. Also egal, was für eine Höhe du hast, du machst das einfach genauso hoch, wie das Cover ist. Und zwar nicht so hoch wie die Seiten, sondern so hoch wie das Cover, ja, das macht später Sinn, hoffe ich. Hier habe ich jetzt gerade gemerkt, dass meine Schneidemaschine mir die 24 Zentimeter Länge nicht erfassen kann. Deswegen mache ich das jetzt hier voll auf die mittelalterliche Art und Weise und messe mir hier zwei Zentimeter Breite ab und mache mir da so drei Pünktchen hin, verbinde dann die Linie da, also die Pünktchen mit einer Linie und schneide mir das gerade mit der Schere ab. Geht ja auch, ne? Man muss nicht immer zur Schneidemaschine, zur anderen laufen. Dann nehmen wir uns hier den Rest von unserem Tim-Holz-Stoff, den ich da noch übrig hatte und den werde ich jetzt auf dieses Rückenteil draufsetzen. Ich gucke mal gerade hier, ob der tatsächlich auch lang genug ist. Sollte eigentlich so sein, weil auf dem Cover vorne drauf passt es ja auch. Aber wisst ihr, doppelt kontrolliert ist man immer auf der richtigen, sicheren Seite. Ich werde das jetzt hier so setzen, dass links und rechts von diesem Pappstückchen ein bisschen vom Stoff noch übersteht, damit ich die Möglichkeit habe, das da festzukleben und ja, dass es einfach besser aussieht und besser hält. Hier habe ich jetzt mir das mal draufgelegt, weil ich überlegen möchte, wie breit ich das haben will. Glaubt es mir oder nicht, aber ich möchte diesen Aufkleber da von dem Versand erhalten. Deswegen ist mir dieses Stück Stoff etwas zu breit. Daher werde ich das etwas schmäler schneiden, damit ich ein bisschen mehr von diesem Aufkleber noch sehe. Es ist ein bisschen mysteriös, ne? Ich weiß, ich bin ein bisschen komisch. Aber es hat ein paar persönliche Gründe. Ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr möchtet. Ihr könntet auch theoretisch über den kompletten inneren Teil von dem Umschlag diesen Stoff kleben. Das würde natürlich auch gehen. Oder eben macht er einfach so einen schmalen Streifen. Wichtig ist jetzt hier, dass ihr links und rechts so viel überstehen habt, dass ihr da noch gut kleben könnt. Ja, sodass dieses Rückenstück sozusagen in der Mitte vom Stoff sitzt und links und rechts ist einfach noch so ein kleines bisschen, wo ihr das dann festkleben könnt. Das hier klebe ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband. Und zusätzlich noch Flüssigkleber an, an dieses Stück Stoff. Aus zwei ganz simplen Gründen. Erstens, also ich sage kurz, wie ich das mache. Ich markiere mir erstmal hier die Mitte von dem Stoff und auch die Mitte von dem Stück, äh, sag schnell, Pappe, wo ich schon das Klebeband drauf habe, sodass ich das ganz präzise da aufsetzen kann. Und wenn ich das habe, also es wäre auch schlau gewesen, Luise, wenn du da vorher das markiert hättest, bevor du das Rote vom Klebeband da abgezogen hast, weil so klebt sie mich richtig schön am Finger, macht das bitte nicht so, sondern zeig dir euch das vorher an und dann macht diese Trägerfolie von dem Klebeband ab. Aber der Grund für doppelseitiges Klebeband plus zusätzlich Flüssigkleber ist ganz einfach der, ihr habt da eine sehr schnelle Haftung durch das doppelseitige Klebeband. Gleichzeitig habt ihr aber noch ein bisschen Spielraum, sodass ihr das hin und her noch ein bisschen bewegen könnt, weil der Flüssigkleber natürlich, ne, euch so ein bisschen diesen Spielraum bietet. Aber es bleibt gleich an der richtigen Stelle haften sozusagen und dann kann der Kleber in Ruhe trocknen. Das wiederum sorgt dafür, dass ihr relativ schnell weitermachen könnt. Ihr müsst nicht unbedingt warten, bis der Kleber zu 100% getrocknet ist, zumindest nicht bei diesem Projekt. Ja, ich sage nicht, dass diese Doppelklebemethode bei jedem Projekt so funktioniert, dass man gleich weitermachen kann. Manchmal muss man natürlich auch warten, bis das komplett durchgetrocknet ist. Ja, aber hier kann ich jetzt schon weitermachen und mir schon mal die nächsten Schritte überlegen, ohne dass ich da jetzt irgendwas drauflegen muss. Buch und Warten und überhaupt, ihr wisst schon. Ich zeige euch hier, welches Papier ich ausgewählt habe, um das da reinzutun. Ich habe jetzt hier relativ neutrales Papier benutzt, denn ich möchte, dass mein Journal so eine Mischung aus Junk Journal und Art Journal wird. Ihr werdet das später auf meinem Kanal in den folgenden Videos nochmal wiedersehen öfters. Und dann zeige ich euch, was ich da reinmache. Aber dafür brauche ich relativ neutrales Papier. Jetzt habe ich hier erstmal ein paar ausgewählt. Diese sind Fotopapier. Die haben die fotobeschichtete Seite auf beiden Seiten. Dann habe ich hier schwarzes Papier. Das ist einfach aus so einem Block vom Teddy, glaube ich. Ganz normales, günstiges schwarzes Papier. Aus dem gleichen Block habe ich dieses Kraftpapier. Vielleicht kennt ihr diese Blöcke. Da sind immer drei so Farben. Schwarz, Kraftpapier und Weiß. Das ist einfach von so einem Block. Dieses weiße Papier ist eben auch von einem solchen Block. Ganz normales weißes Papier. Und das hier ist ein bisschen kaffeegefärbtes Papier. Und zwar kaffeegefärbtes Fotopapier. So. Und das möchte ich als Seiten verwenden. Und das muss ich natürlich jetzt erstmal hier auf die richtige Größe bringen. Und da ich diesen Umschlag so gelassen habe, erstmal wie er ursprünglich war in seiner Größe, habe ich jetzt hier unten einen relativ großen Abstand und oben auch. Dieses Papier ist DIN A4, ja. Normalerweise würde ich das so nicht machen. Ich zeige euch, wie ich das normalerweise machen würde. Ich würde das eigentlich so hinlegen. Seht ihr, dass da oben vielleicht so 0,5 Zentimeter Abstand sind. Aber dann ist da unten natürlich sehr viel. Wenn ich es in die Mitte lege, ist oben und unten sehr viel. Also ja, dieser Abstand, der ist mir da so ein bisschen ein Dorn im Auge. Ihr werdet es später noch sehen. Ich werde das noch ein bisschen ändern. Ich wollte das ursprünglich eigentlich nicht da unten abschneiden. Ganz einfach deswegen, weil mir der Umschlag dann da aufgeht. Ja. Also ich hätte ja von vornherein schon das abschneiden können. Ich wusste ja schon, da kommt DIN A4 Höhe rein. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich diesen Umschlag so lassen wollte, wie er war. Ich werde mich das später, wie gesagt, noch umentscheiden. Wenn ihr das auch so ein Monk-Problem habt, ja, mit diesem Abstand zwischen der Seite und dem Cover, dann überlegt euch das bitte vorher. Das war jetzt eigentlich von mir ein bisschen dumm. Ich hätte das schon gleich vorher so machen können. Dann hätte ich mir eine halbe Stunde Arbeit erspart. Es war jetzt so kein Problem, ja. Wir Junk-Journaler, wir können das immer noch später irgendwie anpassen. Aber vielleicht wollt ihr euch das vorher überlegen. Mir ist es jetzt hierbei darum gegangen, dass dieses Journal eigentlich ein sehr hohes, aber schmales Journal ist. Und das wollte ich irgendwie erhalten. Und ich konnte mir das zuerst irgendwie nicht so richtig vorstellen, offensichtlich. Aber wenn ihr euch das da jetzt mal anguckt, ich tue jetzt mal die Seiten, also die sind jetzt einfach nur gefaltet. Die sind noch nicht, in der Breite noch nicht abgeschnitten, ja. Aber wenn ihr euch das mal anguckt, seht ihr das, dass das irgendwie total komisch aussieht? Man kann sich das so schon vorstellen, wie die Seiten da später drin sind, obwohl die noch zu lang sind. Aber das ist einfach irgendwie komisch. Dieser Abstand da, oben und unten, also das ist doch irgendwie zu viel, oder? Seht ihr das da, wo meine Zeigefinger sind? Das ist doch irgendwie... Also... Ich habe zwischendurch schon mal überlegt, ob ich vielleicht meinem Monk einen Namen geben sollte. Weil der ist oftmals so präsent, dass ich mir denke, kannst du jetzt nicht einfach bitte irgendwie wegbleiben? Kannst du nicht einfach nach Hause gehen, wo auch immer du wohnst, und da bleiben und einfach nicht mehr wiederkommen? Naja. So. Und dann fällt einem ein, Mist, der wohnt ja hier bei mir. Der kann ja nicht nach Hause gehen, weil der ist ja schon zu Hause. Was habe ich also gemacht? Was habe ich also gemacht? Ich habe das kurzerhand da abgeschnitten und nochmal dran entlang genäht. Also ja, seht ihr, jetzt ist der Abstand viel, viel kleiner. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht schon vorher gemacht habe, weil das war total easy peasy und das schaut sogar, finde ich, jetzt viel besser aus, als es vorher war. Ja. Total bescheuert, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe. Und es ist jetzt immer noch, finde ich, ein langes, aber schmales Journal Cover. Genau das, was ich ja ursprünglich überhaupt mal da schon wollte. Ja, so. Also macht bitte nicht die gleichen Fehler, die ich mache. Deswegen zeige ich euch das auch hier unter anderem, damit ihr einfach schlauer sein könnt als ich, wenn ihr sowas anfangt. So. Widmen wir uns als nächstes den Signaturen. Zwei Stück brauchen wir da. Und ich möchte hier aus verschiedenen Gründen die gleiche Reihenfolge von Papieren machen. Müsst ihr natürlich nicht. Ja, ihr könnt das auch komplett wild durcheinander mischen. Ich habe jetzt hier zum einen die gleiche Größe ausgewählt an Seiten. Also alle Seiten sind später gleich groß. Und ich werde in beiden Signaturen die gleiche Reihenfolge an Papieren machen. Ich starte hier mit einem weißen Papier, welches dieses Fotopapier ist, was von beiden Seiten beschichtet ist. Dann kommt mein kaffeegefärbtes Fotopapier. Das habe ich da jetzt schon so reingesteckt. Und als nächstes, dann nehme ich mir hier so ein Kraftpapier. Und das lege ich mir jetzt einfach jeweils immer in die Mitte so rein. So kann ich mir das am besten vorstellen, wie die Reihenfolge dann später sein wird. Und so ist es für mich am einfachsten Hand zu haben, dass ich jetzt nicht da auch noch irgendeinen Quatsch und irgendeinen Fehlermacher, der mir eigentlich nicht passieren sollen wollte. So, war das ein Satz? Machen wir hier ein schwarzes Papier rein. Auf das bin ich ja besonders gespannt. Also ganz ehrlich, ihr wisst ja noch nicht, was ich damit vorhabe in diesem Journal. Aber da bin ich schon sehr gespannt drauf. Auf diese schwarze Seite. Schauen wir mal. Dann als nächstes nehme ich mir noch eine Seite. Welche? Da ist sie. Ah, das ist jetzt so eine ganz normale weiße Seite. Und ich hatte schon vorher bemerkt, als ich die Seiten nur gefaltet hatte, dass das schon recht viel war an Papier. Deswegen nehme ich mir das zwischendurch hier mal und schaue mal, wenn ich das da reinstecke, wie sich das anfühlt. Ja, das kommt natürlich auch ganz darauf an, was ihr damit machen wollt mit dem Journal. Ob ihr viel Kleben auf die Seiten drauf kleben wollt. Dann ist das natürlich gut, wenn ihr nicht so viele Seiten habt. Wenn ihr jetzt nur irgendwas, was heißt nur, ja, das soll nicht abwertend klingen, aber von der Dicke her. Wenn ihr etwas malen wollt zum Beispiel, ist es ja wesentlich weniger dick, als wenn ihr etwas kleben wollt. Oder wenn ihr nur schreiben wollt zum Beispiel, ja. Dann könnt ihr natürlich wesentlich mehr Papier nehmen. Ich habe jetzt hier noch eine Seite jeweils hinzugefügt, weil mir das ganz gut vorkam. Auch nochmal von diesem Fotopapier. Und ich glaube, das ist jetzt ganz gut, sodass ich da noch viel drin machen kann in dem Journal. Aber trotzdem, dass schon gleich gefüllt ist. Ich mag das ja mal nicht, wenn so ein Journal so dünn ist, so von Anfang an. Da habe ich mal so ein bisschen Probleme mit. Aber okay. Jedenfalls werden wir das hier abschneiden. Ich nehme das zu meiner anderen Schneidemaschine gerade mit und schneide beide Signaturen auf die richtige Breite ab. Da bin ich schon wieder. Und das habe ich jetzt so gemacht, dass ich das einfach das ganze Bündel unter die Schneidemaschine gelegt habe. Zum Glück kann die das handeln, sodass das alles schön gerade ist. So. Und jetzt nähen wir diese beiden Signaturen auf dieses Rückenteil auf. Und dafür muss ich natürlich erst mal wissen, wo muss das Ganze hin, an welcher Stelle muss das Ganze sitzen und wo müssen meine Löcher sein. So. Dafür nehme ich mir, Achtung, nochmal mein Lineal und zentriere diese Signatur auf dem Pappstückchen. Ja, das heißt also, ich mache mir oben und unten eine Markierung, wie hoch die Signatur ist. Weil die Signatur ist ja logischerweise nicht so hoch, wie das Cover ist. Wenn ich mir da zwei solche Markierungen gemacht habe, brauche ich die Signatur aber später nicht mehr, weil ich habe ja meine Markierungen. Ich weiß jetzt, zwischen diesen beiden Markierungen ist die Signatur, es ist genau die Höhe. So. Und dann mache ich mir eine Schablone, um die Löcher in die Signaturen zu stechen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die messen das mit einem Lineal und machen sich da mühselig so Striche und dann machen die sich da so Pünktchen. Hat alles seine Berechtigung. Mir ist das viel zu kompliziert. Ich verrate euch hier, was ich tue. Also die, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich das mache. Für alle, die die neu sind, vielleicht ein kleiner Trick. Ich nehme mir einfach so ein Karopapier. Weil Karopapier hat Karos. Ich schneide hier kurz das Letzte ab, weil oftmals das letzte Kästchen kein Ganzes mehr ist. Achtet da drauf, wenn ihr das macht. Nicht, dass euch da so ein mini-pupsi-kleines Stückchen fehlt, weil manchmal sieht das aus, als wäre das noch ein Ganzes und es ist aber kein Ganzes mehr. Deswegen schneide ich immer grundsätzlich die letzte Reihe Kästchen ab. Und dann weiß ich aber, dass ein Kästchen 0,5 cm breit und hoch ist. Ja, das heißt also, wenn ich zwei Zentimeter Rücken brauche, kann ich einfach vier Kästchen abzählen und da der Linie entlang schneiden und ich habe ein exaktes Maß und eine exakte Schablone, um jetzt gleich diese Löcher stechen zu können. Das könnte man noch ausmessen. Das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen primitiv, aber erstens mal ist es so, sehr leicht zu schneiden und zweitens hat es diese Kästchen drauf, wo ich jetzt, ohne dass ich irgendwas messen muss, die Punkte anzeichnen kann, an denen ich die Löcher machen muss. Ja, so. Das machen wir jetzt so. Ich richte mir das hier jetzt auch nochmal aus. Ich gucke nochmal auf meine beiden Markierungen. Das heißt also, hier unten lege ich das an, wo dieser Strich ist. Das heißt, diese Schablone geht an den Strich. Ja, nicht an den unteren Rand der Pappe. Das wäre zu lang. Sondern hier hört das auf, wo der Strich aufhört. Ja, weil das muss ja so lang sein, wie die Seiten hoch sind. So. Das heißt also, ich halte das da fest, markiere mir das oben auch, bei der zweiten Markierung, die ich mir da gemacht hatte und schneide das dann da ab, sodass dann jetzt dieser Streifen Karopapier, oh, Entschuldigung, genauso lang ist, wie die Signatur lang ist. Dann falte ich das einmal in der Mitte. Das mache ich jetzt einfach nur der Einfachheit halber. Könnte man natürlich auch abmessen, aber wofür? Ihr könnt das auch falten. Ich mache jetzt hier in der Mitte so einen Strich, damit ihr das besser sehen könnt. Ja, den Strich, den brauchen wir nicht. Den habe ich jetzt nur dahin gemacht, damit ihr das besser sehen könnt. Und dann möchte ich überlegen, wo die Löcher hinkommen. Ich brauche insgesamt sechs Löcher, weil ich möchte einen Sechslochstich machen. Das heißt also, oberhalb von dieser Mittellinie brauche ich drei Löcher und unterhalb auch. Ihr seht, ich mache das per Augenmaß. Ja, ich überlege mir, wo will ich diese Löcher hinmachen und dann zeichne ich mir das an. Die mittleren beiden Löcher sind im Regelfall etwas weiter voneinander entfernt als die oberen beiden und die unteren beiden. Ja, also ihr werdet das jetzt gleich sehen, wenn ich das angezeichnet habe, weil für mich ist das, das hat die meiste Stabilität. Ja, so. Ihr seht jetzt, ich habe von oben einen kleinen Abstand gelassen und dann die zwei Löcher da gemacht mit vier Kästchen. Ich glaube, vier Kästchen sind das jetzt. Ja, vier Kästchen Abstand und dann wird der Abstand da ein bisschen größer. Das schaut erstens besser aus, also von innen und zweitens gibt das sehr viel Stabilität. Jetzt zähle ich mir die Kästchen ab bis zur Mittellinie, also von dem Punkt oberhalb der Mittellinie, sodass ich mir dann gegengleich auf der anderen Seite auch einen solchen Punkt machen kann und dann kann ich einfach die Abstände zwischen den einzelnen Punkten zählen und mir die Löcher beziehungsweise die Positionen für die Löcher auf der unteren Hälfte von der Schablone auch anzeichnen. Easy peasy. Braucht man nicht messen. So, das sind also die Löcher für die erste Signatur und für die zweite Signatur brauchen wir natürlich auch noch die Löcher beziehungsweise, wenn ich das jetzt so richtig rumhalte, müsste man das eigentlich andersrum sagen. Also ich habe jetzt ja rechts angefangen, das ist ja eigentlich die zweite Signatur, wenn man es ganz korrekt nimmt. Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich brauche ja zwei Reihen Löcher, oder? Und diese Reihen von Löchern müssen zwei Kästchen Abstand haben, weil das ein Zentimeter ist und das ist das, was wir vorher beschlossen hatten, was wir an Abstand lassen wollen zwischen den beiden Signaturen. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Jetzt mache ich mir hier einen Pfeil, sodass ich weiß, wo oben ist, ja, sodass ich das nicht irgendwie noch vertauschen später kann oder so. Und auch bei meinem Rückenteil mache ich mir einen Pfeil, wo ich mir anzeichne, wo oben ist, ja. Das ist sehr wichtig, weil es könnte sein, dass durch Ungenauigkeit der Kästchen, weil, ne, wenn ihr das abschneidet, ist schon, wenn ich das von, wenn ich das auch, selbst wenn ich das in der Mitte knicke, ja, das kann immer mal sein, dass man da mal irgendwie ein bisschen hin und her rutschen muss, weil es nicht genau auf ein Kästchen kommt. Das ist jetzt hier nicht passiert, ja, aber das könnte passieren und deswegen dürft ihr das nicht vertauschen, wenn ihr das mit den Kästchen macht. Ihr dürft dann nicht oben und unten irgendwie vertauschen, aber das dürfte wahrscheinlich auf der Hand liegen, ja. Wenn man ein halbes Kästchen irgendwo hat, dann geht sich das nicht mehr so gut aus und wenn man es umdreht, dann ist das falsch, so. Jetzt lege ich mir dieses, ähm, diese Schablone auf diese Pappe drauf und pikse da durch. Da drunter habe ich ein Buch liegen, damit ich mir nicht in den Tisch pikse und ihr seht, ich mache das in Anführungsstrichen freihand. Ich presse die Schablone auf dieses Stück Pappe und mache die Löcher dann rein, ohne dass mir die das irgendwie befestigt haben mit der Büroklammer oder so. Ich kann euch nur empfehlen oder ermutigen oder was auch immer, das zu üben, das freihand zu machen. Weil ich habe festgestellt, wenn ich das mit einer Büroklammer festmache, was ich lange Zeit getan habe, wölbt sich das Ganze und die Löcher werden ungenau. Ja, weil die Büroklammer immer so ein bisschen irgendwie so einen Hügel da rein macht. Aber so funktioniert das auch. Sehe ich mir hier meine, mein Gerät hier, äh, Book Cradle und steche die Löcher da rein. Dieses Gerät dient dazu, dass man die Signatur da reinlegen kann, dass man sich nicht den Tisch irgendwie ruiniert und vor allen Dingen, dass man die Löcher direkt dahin bekommt, wo sie auch hin sollen, dass man nicht aus Versehen neben die Falz piekst. Ich würde euch das gerne verlinken, dieses Teil, kann ich aber leider nicht, weil das auf Amazon, wo ich das vor einigen Jahren gekauft habe, leider nicht mehr verfügbar ist. Wenn ihr aber Book Cradle oder ich glaube, das heißt auch auf Deutsch Book, Book, ja genau, das bestimmt Deutsch, Buchbinde, Wiege oder so ähnlich, äh, wenn ihr das mal bei Etsy oder so eintippt, äh, dann könnte es sein, dass ihr vielleicht Glück habt und, ähm, das ein oder andere Teil noch irgendwo verfügbar ist. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch ein Buch nehmen und euch die Seiten da so reinstellen, ja, einfach auf so eine, äh, auf die, da, auf diesen Schlitz und dann könnt ihr in diesen Schlitz reinpiksen, sodass ihr euch nicht den Tisch irgendwie ruiniert oder so, aber ich finde dieses Teil, also ganz ehrlich, wenn ihr beabsichtigt, noch mehrere Journals zu binden, nicht nur eins, haltet Ausschau nach so einem Teil, weil das ist einfach total praktisch. Jetzt lege ich mir dieses, äh, Template hier so rein, sodass das, äh, ganz genau da drin liegt. Ich kann das jetzt unten an dem Book Cradle, ähm, ausrichten, ähm, also ich kann das da anstoßen lassen und oben sehe ich auch, das schließt ganz genau mit meinem Papier ab und jetzt kann ich die Löcher einfach dahin machen, wo ich natürlich die Striche auf meinem Karopapier sehe und ich sehe ja, wo ich vorher die Löcher gemacht hatte für die Pappe. Das heißt also, ich kann jetzt einfach genau da stechen, wo ich die Löcher vorher schon gemacht hatte. Ich musste mir da jetzt nicht nochmal irgendwas ausrechnen oder irgendwas anzeichnen oder sonst irgendwas. Ich muss nur darauf achten, dass ich jetzt oben und unten nicht vertausche, ja. Das heißt also, dieser Pfeil, wo oben steht, der zeigt weiterhin immer noch nach oben, ja. Insbesondere ist das natürlich auch wichtig, wenn ihr Signaturen habt, wo zum Beispiel Bilder oder sowas sind, dass ihr das dann nicht irgendwie vertauscht, ja, weil das wäre ja sonst blöd. So, jetzt nehme ich mir das, achte auch da drauf, dass wieder, ne, ich den oberen Teil oben habe, drehe mir das Ganze um und dann fange ich im unteren Loch in der ersten Reihe an, um diese Signatur dort einzunähen. Ich habe mir da einen kleinen Knoten gemacht in meinen Faden, sodass mir das da nicht rausfütschen kann und das da ganz stabil bleibt und jetzt lasse ich natürlich auch diese Klammern hier dran, sodass mir die Seiten nicht auseinanderfallen, also, ne, dass das jetzt ganz einfach geht, da durch dieses Loch durchzupiksen. Jetzt gehe ich einfach ins unterste Loch da rein, komme ich hier in der Innenseite wieder raus und dann gehe ich einfach nur ins nächste Loch wieder raus durch die Signatur, durch das Rückenteil ins nächstoberste Loch wieder rein, durch die Signatur, ne, ins nächstoberste Loch wieder raus, durch die Signatur, durch das Rückenteil, nächstes Loch und immer so weiter. Also quasi wie so eine Zickzack, wie so ein Slalom. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung dafür. Wie so ein Slalom gehe ich die ganze Zeit rein und raus und rein und raus, immer durch das Rückenteil und durch das Loch in der Signatur. Ja, man kann das natürlich auch in einem Schritt machen, dass ihr dann gleich, also wenn ihr die Nadel da jetzt so habt, ne, nicht so rausziehen, wie ich das jetzt hier mache, sondern gleich durch das Loch in der Signatur. Ich mache es ganz gerne so, weil ich dann besser kontrollieren kann, was da passiert. Ja, wenn ich irgendwelche Schlaufen oder sowas da plötzlich erhalte oder so wie es mir hier gerade passiert ist, ich nicht genau in der Mitte da rauskomme, sondern vorher durch, also zwischen zwei Seiten mit der Nadel geraten bin, dann ist es für mich einfacher, da wieder hin und her zu manövrieren, aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet, ja, aber prinzipiell ist es einfach nur rein, raus, rein, raus, rein, raus, ja, so, für alle, die jetzt was komisches denken, seid still, trefft euch mit meinem Monk auf den Kaffee, ich weiß schon, was ihr denkt, naja, aber das ist so und das geht ganz schnell, also wie rein, raus, rein, raus, nun mal ganz schnell geht, ihr wisst schon Bescheid, so, es gibt auch einige Leute, die sagen, ja, warum machst du da sechs Löcher, lenken wir mal hier ein bisschen vom Thema ab, warum machst du da sechs Löcher, Luise, das ist ja voll aufwendig und so, man könnte doch auch so einen Dreilochstich machen, ja, könnte man sicherlich, ihr kennt sicherlich diese ganz einfachen, und gegen die spricht auch nichts, Dreilochstiche, das mache ich ganz gerne, wenn die Seiten nicht so hoch sind, ja, das geht gut, wenn die Seiten nicht so hoch sind und wenn das Journal nicht viel aushalten muss, bin ich ganz ehrlich, wenn ich möchte, dass ich da drin arbeiten kann und wenn ich möchte, dass das stabil auf längere Zeit bleibt und ich weiß, ich möchte vor allen Dingen auch zum Beispiel mit nassen Medien arbeiten, wo die Seiten vielleicht in Bezug auf Feuchtigkeit etwas in Mitleidenschaft geraten könnten, um dann wieder zu trocknen, dann bevorzuge ich sechs Löcher, weil das einfach stabiler ist als dieses lummelige Dreilochdingsbums da, ja, ich sage, da spricht nichts dagegen, das kann jeder so machen, wie er möchte, aber bei so hohen Seiten mache ich sechs Löcher, weil ich will was davon haben, ich will nicht, dass mir das übermorgen auseinanderfällt. Jetzt lege ich einfach meine Hand so auf, öffne die Signatur in der Mitte ganz einfach, sodass ich dann an dem Faden ziehen kann, um sehen zu können, dass hier kein Abstand mehr ist zwischen dem Stoff und der Seite und natürlich auch auf der anderen Seite nicht, das sollte dann in etwa so aussehen, sodass das Papier ganz nah an dem Rückenteil anliegt. Dann gehe ich durch das nächste Loch wieder rein, also weil ich bin ja hinten jetzt sozusagen, dann gehe ich durch das nächste Loch wieder rein und fange jetzt dann von oben an, die nächste Signatur einzunähen und mache das ganz Gleiche von oben nach unten. Ja, so kannst du das auch bei sieben Signaturen machen, wenn du unten angekommen bist, gehst du einfach wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter, beliebige Anzahl von Signaturen, wurscht, einfach nur rauf, runter, rauf, runter, rein, raus, rein, raus, ihr wisst schon. So, aber zuerst braucht man natürlich mal hier diese Löcher, sodass wir da durchpiksen können, ist ja klar, ne. So, das heißt also, hier gehen wir jetzt ganz einfach wieder rein, sodass ich jetzt dann das gleiche Prozedere nur umgekehrt machen kann, ja, so. Und übrigens, so ein Fadenvertuddel, was mir da jetzt gerade passiert ist, das passiert immer nur vor der Kamera, ihr werdet es nicht glauben, aber sowas passiert mir immer nur dann, wenn die Kamera läuft. Das habe ich nicht, wenn die Kamera nicht läuft, das ist total seltsam. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich die Signaturen und das ganze Gedöns da komplett anders liegen habe, wenn ich filme und euch das zeige, als wenn ich das ohne euch mache, ja. Das ist irgendwie ganz komisch. Achtet auch drauf, dass hinten, wenn ihr das jetzt da rausgezogen habt aus dem ersten Loch, keine Schlaufe oder irgendwas ist, dass das richtig schön stramm ist, nicht zu stramm, ja, das ist vielleicht etwas, was ich auch noch sagen sollte, das darf nicht zu stramm sein, weil sonst biegt sich euch dieses Rückenteil durch und dann könnt ihr das nicht vernünftig festkleben später. Wenn ich da am Ende angekommen bin, dann nehme ich einfach eine von diesen anderen Schlaufen, die da vorher entstanden sind und mache mir hier einen Knoten oder zwei oder drei, sodass das richtig schön festgeknotet ist. Achtet dabei drauf, dass der Knoten wirklich ganz eng anliegt, dass da jetzt nicht irgendeine Schlaufe womöglich kommt. Sollte das passieren, könnt ihr den Knoten entweder nochmal aufmachen oder durch andere da hinten Schlaufen so ein bisschen durchnähen, sodass das da wirklich richtig stramm ist. Es ist mir schon alles passiert, aber das kann man immer irgendwie lösen, aber ihr müsst dafür sorgen, dass das wirklich richtig verknotet ist, nicht, dass sich jetzt die Fäden da irgendwie wieder lösen können und dass das dann da schief und krumm in der Gegend rumhängt. So, dann freuen wir uns einmal kurz, dass das ganz wundervoll aussieht und dass das alles gut geklappt hat, dass da nichts schief ist und dann müssen wir natürlich jetzt dieses Gedöns da irgendwie einkleben. Ich achte jetzt oder ich müsste jetzt hier nicht mehr drauf achten, wo oben und unten ist, denn auf meinen Seiten ist ja nichts drauf. Also dieses Top, was ich mir dahin geschrieben habe, beziehungsweise diesen Dings, diesen Pfeil, den könnte ich jetzt ignorieren, weil es ist egal, ob ich es oben oder unten, also richtig rum oder falsch rum einnähe, weil der Abstand ist ja der gleiche, die Zentruren, die Signaturen sind zentriert, cooles Wortspiel und deswegen ist es nicht so schlimm, aber wenn ihr jetzt Seiten habt, wo Bilder oder sowas oder Schrift drauf sind, was ihr lesen können wollt, dann müsst ihr natürlich trotzdem jetzt noch drauf achten, dass ihr den Pfeil auch nach oben habt und das Cover richtig rumliegen habt, ja, also passt bitte auf, es ist schon alles passiert. Ich habe auch schon mal den ganzen Signaturenblock falsch rum eingenäht, also achtet da bitte wirklich drauf. So, das Ganze, da habe ich mir jetzt auch nochmal doppelseitiges Klebeband drauf gemacht, ich werde später auch nochmal zusätzlich Flüssigkleber verwenden, gleiches Prinzip, wie schon am Anfang dieses Videos erklärt und jetzt markiere ich mir erstmal die zwei Zentimeter hier, die ich da brauche, genau in der Mitte von diesem Cover, damit ich weiß, wo ich das hinkleben muss. Das heißt also, ich messe das so aus, dass die zwei Zentimeter Rücken genau mittig da sitzen, dann zuppel ich hier dieses Zeug da vom Klebeband ab, sodass ich mir dann nochmal zusätzlich jetzt da Flüssigkleber drauf machen kann, um das dann festzukleben. Das hier habe ich jetzt zum einen deshalb so gemacht, also, weil das Plastik ist, ne, also dieser Umschlag, das ist ja so ein ganz komisches Plastik, aber diesen Trick, den könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr ein Stoffcover zum Beispiel habt oder ein Buch auseinander genommen habt und ihr wollt die Seiten da einkleben und zügig weitermachen, ja, aber dazu möchte ich trotzdem noch was sagen. Das ist jetzt so, ne, ich nehme das jetzt und, äh, tu mir das da jetzt gleich in der Mitte ausrichten und draufdrücken, dann ist das erst mal durch das doppelseitige Klebeband fest und ich kann das dann gut verstreichen und ich kann danach weitermachen. Das heißt aber nicht, dass ich mit diesem Journal irgendwie Yoga mache, während das da trocknet, ja, ja, also was will ich damit sagen, das hält, das muss aber trotzdem natürlich noch vernünftig durchtrocknen, dass das später wirklich richtig gut hält und nicht wieder auseinander fällt. Das ist jetzt keine Zauberlösung, was ich hier mache, ja, nur, dass ich halt einfach schnell weiterarbeiten kann, ist das, sagen wir mal, eine Zwischenlösung oder sowas in der Art. So, jetzt nehme ich mir das und richte mir den Pappstreifen, den ich da jetzt relativ gut sehen kann, wenn ich da unten reingucke. Ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber wenn ihr da euren Kopf so ein bisschen neigt und das Ohr so auf den Tisch liegt, dann könnt ihr sehen, wo diese Pappstreifen endet und dann könnt ihr das genau in diese Markierung da einfügen, die ihr euch da vorher gemacht habt und das Gute ist jetzt eben hier, wenn ihr das da drauf habt, das haftet, ihr könnt das aber trotzdem noch ein kleines bisschen hin und her bewegen und das finde ich das Coole daran, weil stellt euch mal vor, auf diesem Plastikmaterial hätte ich nur Kleber verwendet, da wäre ich durchgedreht, weil mir das die ganze Zeit weggerutscht wäre, weil das kriegst du gar nicht so festgehalten, dass du da überhaupt irgendwie hantieren kannst, bis das getrocknet ist, ja, das wäre völlig unmöglich, glaube ich, es sei denn, man hätte einen Kleber, der wirklich so richtig schnell anzieht, habe ich aber nicht und deswegen finde ich das eine ganz gute Lösung. Jetzt nehme ich mir ein Falzbein und streiche mir erstmal links und rechts diese 0,5 Zentimeter von dem Rücken da flach, dass das erstmal schon mal richtig gut aufliegt, dann mache ich das vorsichtig auseinander, freue mich kurz, wie geil diese Seiten flach aufliegen, das ist einfach so cool, das ist jetzt mal so das Beste, wenn man das das erste Mal so aufschlägt und dann gehe ich mit dem Falzbein hier noch in der Mitte so drauf, sodass ich da das auch nochmal richtig gut festdrücken kann, das sorgt jetzt dafür, dass das Klebeband da wirklich richtig gut an dem Umschlag klebt und der Kleber dann da trocknen kann. So, und dann muss ich natürlich als nächstes noch diese zwei Dinger da festkleben, also vielleicht habt ihr euch gewundert, dass ich da gerade so eine komische Handbewegung gemacht habe, ihr wisst, also ihr hört das ja, oder ich spreche hier gerade das Voice-Over über das Video und dieses Video war ursprünglich auf Englisch, ich habe da gerade bei der Hand so ein bisschen so komisch rumgewackelt, das verunsichert mich jetzt gerade, ich würde das kurz gerade erklären, was ich da im Original gesagt habe, das ist ja mal so ein bisschen schwierig, das Synchron da so drüber zu sprechen jetzt hier, funktioniert nie synchron, merkt ihr ja selber. Ich habe da so hin und her gemacht, weil ich gesagt habe, ihr könnt natürlich das jetzt schon theoretisch nochmal runterziehen, wenn das schief wäre, also ja, das ist jetzt nicht abreißfest, wenn ich da dran reißen würde, würde das runterreißen, ja, aber das machen wir ja logischerweise nicht, das ist jetzt so stabil, dass man weitermachen kann, wenn man zügig vorankommen will, nichtsdestotrotz muss man das natürlich sehr gut durchtrocknen lassen danach, ja, also das ist ganz wichtig, dass ihr da jetzt nicht dann auf einmal denkt, ah, das habe ich ja schon fertig, dann schlage ich das auf und dann mache ich da gleich irgendwas drin, würde ich nicht tun, lasst das bitte über Nacht durchtrocknen, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass das nicht irgendwie wieder abfällt, diese, oder sich diese Pappe von dem Rücken löst, das wäre ja die absolute Katastrophe, diese Seitenteilchen da, die habe ich jetzt auch nochmal mit doppelseitig im Klebeband da festgeklebt und dann, ja, sieht das so aus und da ist der Monk schon wieder, da ist er, ihr habt gesehen, das springt von alleine auf, das ist auch logisch, dass es das tut, weil es ist ein Luftpolsterumschlag und diese kleinen Blubberdinger da drin, diese Luftblubberbläschen da, die blubbern ja eigentlich gar nicht, oder? Naja, wisst schon, diese Luftbläschen da, die sorgen natürlich dafür, dass keine Falz, Falz? Keine Falz in dem Umschlag bleibt, ja, also ihr könnt da falten, wie ihr wollt, das wird niemals ganz, ähm, richtig gefaltet sein, ja, so, deswegen habe ich die Idee bekommen, da drüber zu nähen und zwar von innen, weil jetzt habe ich gedacht, wenn ich, ähm, ganz innen entlang der, des Rückens nähe, so wie ich das vorne ja auch gemacht habe, dann drücken sich diese, also, ne, genäht habe, dann drücken sich doch diese Luftbläschen da, vermutlich platt und es entsteht so was wie eine Falz und außerdem bekomme ich dann auch nochmal eine richtig coole Optik und ich habe dann überlegt, ob ich da vielleicht am Rand doch entlang nähe, ich hatte mir zuerst gedacht, ich lasse den Rand so, also rechts den Rand, ja, ähm, weil das so eine schöne Rundung hat und weil das irgendwie cool aussieht und man erkennt noch, hier, das war mal ein Umschlag und so und dann habe ich gedacht, komm, jetzt probieren wir das mal und als ich schon an der Nähmaschine war, ihr seht schon, habe ich rechts, ähm, auch noch dran entlang genäht und hinten dementsprechend auch, aber wie ihr seht, es bleibt jetzt zu, ja, und die fuchtel da gerade so mit den Händen rum, weil ich mich da bei dem englischen Video, das war halt meine Originalreaktion, oder, als ich das aufgenommen habe, ähm, weil ich mich da einfach so gefreut habe, dass das funktioniert, ja, weil wenn man so einen Plan hat und man denkt sich, ah, vielleicht geht das nicht oder vielleicht geht das doch, dann, also, man muss halt einfach dabei bleiben, man muss es einfach machen, man muss es einfach denken, okay, ich nähe da jetzt dran lang und da wird das schon gut und in den allermeisten Fällen ist das so. Ähm, wenn ihr keine Nähmaschine habt, könntet ihr eventuell auch mit der Hand durchnähen oder, was ich schon zwischendurch gedacht hatte, ihr könntet auch die, ähm, Bläschen an der Stelle, wo ihr es geknickt haben wollt, platzen lassen, ja, das habe ich mich da jetzt nicht getraut, weil ich wollte, hä, ich wollte nicht dieses Quuschige von dem Cover irgendwie zerstören, aber, ähm, das wäre auch eine Möglichkeit, das könnte man vielleicht auch mit einem anderen Umschlag nochmal ausprobieren, dieser, mir war dieses Experiment jetzt ein bisschen zugewagt, äh, das da platzen zu lassen, aber ja, so, jedenfalls, wenn man die Seiten, ähm, mal so ein bisschen platt gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass die so richtig gefaltet sind, dann seht ihr, das bleibt von alleine zu und das ist einfach fantastisch. Ich habe das jetzt wie folgt gemacht, ihr seht schon hier diese Naht, ich habe das allerdings von innen genäht, ja, ähm, die erste Naht, ihr seht, das sind zwei, die erste Naht ist mir ein bisschen zu nah an dem, äh, Pappteil gewesen und die geht aus Versehen jetzt da durch den weißen Stoff, ja, das, äh, ist nicht schlimm, schaut jetzt nicht irgendwie blöd aus oder so, bewirkt aber nichts. Mit der zweiten Naht bin ich ein bisschen weiter abgerückt und ihr seht, da habe ich das jetzt ganz gut getroffen, dass das durch den Umschlag geht und nicht durch den Stoff und das habe ich auf der anderen Seite auch gemacht und dadurch werden die Bläschen da platt gedrückt und dadurch hält das von alleine zu. Wie gesagt, ich habe jetzt außen da auch nochmal dran lang genäht, ich fand, das schaut irgendwie schöner aus und irgendwie fühlt sich das jetzt auch besser an und hier ist, ich glaube, das sieht man gar nicht in der Kamera so gut, hier ist jetzt so eine Wurst entstanden, ich finde das schaut irgendwie total cool aus, irgendwie schaut das an den Kanten so ein bisschen edler und feiner aus, aber da vorne ist jetzt diese Wurst. Bis jetzt gefällt mir die noch ganz gut, möglicherweise, wisst ihr, wenn man so Therapie braucht, könnte man da auch das ein oder andere Bläschen mal so platzen lassen. Vielleicht könnte das auch für irgendwelche, irgendwelchen Aggressionsabbau dienen, wir werden sehen. Ihr werdet dieses Journal noch des Öfteren wiedersehen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.